Hallo und herzlich willkommen! Ähm, was soll ich sagen, ne? Kann man nix machen. Jo, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich hab hier hinten das Ding, ähm, so gemacht, dass ich... Ja genau, genau, das dachte ich mir. Da hinten die Pflanzen, die wachsen noch. Die wachsen aber auch richtig langsam im Normalfall, ne? Also so wie sie jetzt hier sind, das ist ja richtig abartig, Mann. Ich kann das Ding ja stundenlang gießen, ne? Theoretisch gesehen, das... Ich muss mir da was einfallen lassen, da das scheiß Bewässerungssystem ja nicht richtig funktioniert. Also zumindest sieht man's nicht, dass es was macht, ne? Ich kann mich auch irren, das kann auch an sein. Ich glaub's aber nicht. Sag ich mal. Ähm, ja, das ist so ein bisschen... Kack, äh, ne, was ist denn? Kack, äh, was ist das hier eigentlich? Sehen wir gleich, das sind dreimal Eis... Ach ja, 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 richtig. Richtig, ich hab hier Eisen angebaut. Eisen, Eisen, Eisen. Gestern. Oder in dem Fall heute Morgen. So. Das muss jetzt vor sich hin gulpen hier, die Scheiße. Und dann muss ich jetzt mal einen weiteren Drawer anbauen. Die hab ich natürlich alle irgendwo hingeschmissen. Gestern, heute Morgen, wie auch immer. Letztes Mal. Und ja, da muss ich jetzt erstmal hier so ein bisschen den ganzen Schrott rausschmeißen, den wir nicht mehr brauchen. So. Ich glaub, das Ding ist überflüssig. Ich glaube, ja, wenn nicht, ist das jetzt blöd gelaufen. Ne? Dann haben wir... Das hier rein. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Da ist ja irgend so ein Fresscookie. Das ist, glaub ich, ne Pizza, ne? Dominos? Dominos ist eine Pizza, äh... Ähm... Dingens. In Amerika, glaub ich, ne? Weiß ich nicht. Ich glaub, das gibt's bei uns auch, aber... Ihr habt keine Ahnung. Ähm... Das muss ich mal kurz überlegen. Ich muss kurz überlegen. Irgendwas ist hier auch nicht ganz geladen. Irgendwie sind die Kabel irgendwie verbunden, aber irgendwie auch nicht, ne? Das ist ein bisschen komisch manchmal. Das sieht aber auch geil aus. Ich hab hier kreuz und quer irgendwas angebaut, irgendwie. Mann. So. Also. Eisen anbauen. Dann muss ich das machen, das machen, das machen. Quests. Genau. Ich wollte den Drawer rauszappen aus dem Storage. Wo... Alter, da waren sie, ne? Ne, das sind die anderen. Das sind nicht die, die ich gerne hätte. Ich glaube, die, die ich gerne hätte, die sind... Ganz woanders, ne? Glaub ich. Das könnte sein, dass die hier drin sind. Auch nicht, ne? Ich hatte Drawer. Ich weiß nicht, wo ich die hingemacht hab, die Dinger, Mann. Da sind auch keine drin. Joa. Ist so blöd gelaufen, denn? Das sind nur die anderen, die ich jetzt nicht mehr benötige, so wirklich. Ne? Pech gehabt, bauen wir neue. Soll ich mal langsam mir ein Rezept dafür bauen, dass ich die machen kann? Ähm. Ich brauch erstmal Holz. Wir haben ja hier den Arsch voll Holz, glaub ich, irgendwo. Oh, haben wir auch noch neun Kisten. Komm, wir machen mal mein Stack fertig hier. So ein Schlank schmieren hier, das Ganze. So, Kiste dazwischen. Drawer. So, dann kommt das Zeug da rein. Das war eigentlich dämlich, aber es passt schon. Verschlossen. Und irgendwo hab ich das Tape gehabt. Ist eigentlich bescheuert. Ich mach das gleich nochmal live. So. Ähm. Lass mich kurz überlegen, dass das alles auf die Leiste. So, dann wollen wir mal. Das, das und abschließen. Jetzt haben wir also auch Eisen hier drin. Ich muss sich das bloß noch, das Eisen im Prinzip, da vorpflanzen eigentlich. Mehr muss ich ja nicht mehr machen. Das geht relativ easy. Dann machen wir einfach. Zack. Das Ding, das Ding. Und dann geht das auch automatisch. Mit raus. Sehr schön. Ne? Ähm. Die hier müssen erstmal wachsen. Wie gesagt, ich verstehe das nicht so ganz, warum das so super lange dauert, bis die mal spreaden. So wie hier. Das ist ein bisschen unangenehm eigentlich. Naja, müssen wir wohl mit leben. Aktuell. Naja. Juti. Dann möchte ich gerne die Monster Farm etwas ausbauen. Ja, aber erstmal ein paar Quests. Schöne Geräuschkulisse nebenan. Ich hab aber noch nicht mal die Basic-Dinger fertig. Boah, Alter, halt die Fresse da drin, Mann. Junge, stirb leise, Alter. So, was haben wir denn hier noch? Gib mir eine Kopf, bitte. Drei Wider Skeletten-Skulls. Äh, ich könnte den Cobble-Generator upgraden. Ähm. Zum Diamant, das ist kein Problem, da haben wir genug von rumliegen. Mittlerweile kann ich die auch so erstellen. Da mit dem Growth-Crystal verstehe ich nicht. Ne? Ich wollte mir den schon bauen. Das ist ja eigentlich eine coole Idee. Ja? Growth-Crystal. Aber das Problem an diesem Crystal ist, du brauchst das hier. Dann brauchst du das hier. Dann brauchst du das hier. So. Bedeutet, du brauchst diese Scheiß-Steine. Diese Scheiß-Steine kriegst du nur, wenn du sie so herstellst, oder aus dem Erz. Glaub ich, es gibt irgendein Erz, was so aussieht. Das Erz kriegst du aber nicht, wenn du nichts brauchst, um Erz herzustellen. Also angeschissen. Ne? Was ich jetzt aber mal machen kann, ich wollte, ich habe schon vergessen, wie das Ding heißt. Imaginary. Imagi. 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 Da. Imaginärer Zeitblock. Der imaginäre Zeitblock kann Ticks anbestimmt stellen, da wo er dann steht, übelst beschleunigen. Also übelst. Ne? So richtig übelst. Das heißt, ich würde gerne das Ding bauen. Ich habe, glaube ich, ausgerechnet, dass ich von den Dingen eine 50 Stück brauche. Da muss ich erst mal gucken. Ich brauche halt die Enderperlen dafür, die ich irgendwoher zaubern muss. Da war noch irgendein Problem. Deswegen wollte ich, glaube ich, Enderseeds machen. Enderseeds. Endermanseeds. Genau, dafür brauche ich aber Chunks. Die Chunks habe ich nicht. Das ist ein bisschen doof. Oh, kriege ich eigentlich Enderperlen raus? Ich habe 27 Stück. Das geht auch. Kacke, unser Stowage ist schon wieder voll. Ich muss mehr Drawer aufstellen. Habe ich nicht ein paar gebaut oder habe ich nur einen mitgenommen? Ich bin natürlich so schlau gewesen und habe nur einen mitgenommen. Ich bin mir unschlüssig. Lass mich kurz gucken. Natürlich habe ich nur einen gebaut. Ich voll honk. Ich brauche hier einen ganzen Arsch voll von diesen Dingern. So, dann brauche ich noch diese Upgrades. Ich brauche von denen hier noch einen ganzen Arsch voll. Ach, jetzt weiß ich, wo die Drawer hin sind. Ich habe die Upgrades mit den Teilen gebaut. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Das heißt, da ich jetzt diese Doppeldrawer nicht mehr benutze... Oder warte mal, sind die gut für die Farm vielleicht? Weil ich muss ja nicht alles eine Million Mal haben. Dann könnte ich halt auch die Kompakten dafür nehmen und einfach mal vier weitere Items einsortieren. Wir gucken mal, was haben wir denn hier alles? Sortieren wir den Bullshit. Zum Beispiel, die Köpfe können alle in einen Drawer rein. Scheiße, aber nochmal, das funktioniert so nicht. Ich hasse diese Dinger, ne? Die sind so behämmert irgendwie. Jetzt muss ich mir erstmal einen Block raussuchen. Den da dran kleben. Hier oben drauf hüpfen. Kloppt. Das Ding also draufsetzen. So, jetzt müsste er rein theoretisch. Ich nehme jetzt mal so einen Schädel. So einen Schädel. Oh. Das Ding da rein. Und das Ding da rein. Und dann könnte man von mir aus noch... Keine Ahnung. Hier ist noch ein Kopf. So, die Köpfe da rein. Und dann würde ich das Ding hier verschließen. Und schon habe ich die vier... Einsortiert, die vier Items. Ist wieder ein bisschen mehr Platz da drin. Für irgendwelchen Junk. Muss jetzt im Endeffekt nur zusehen, dass das hier ein bisschen besser funktioniert und schneller geht alles. Die Ribbones sind noch nicht einsortiert. Jetzt muss ich mal gucken. Strings hatte ich irgendwo hier schon drin. Glaub ich. Achso, ich kann da nicht reingucken, ne. Ich habe da irgendwie... Dann sagen wir einfach, wir haben sie nicht. Dann... Zapp, zapp. Machen wir das so. Stellen hier noch so ein Teil hin. Soll wir so Teile hinstellen und dann sollten theoretisch jetzt alle Items so weit es geht sortiert werden. Das werden wir gleich sehen. Ich muss jetzt ein bisschen drauf achten. Mal rumgucken. Und ich muss weitere Void-Upgrades machen. Das heißt, alles was wir überflüssig haben, wird... Ähm... Alter, macht das Ding da einen Krach da drin, diese Scheißvieh. Halt alles, was wir überflüssigerweise haben, wird dann automatisch weggeschmissen. Die Farm ist ja schon relativ gut. Ich hätte bloß gern, dass hier ein bisschen schneller ist. Oh, guck mal. Hier sind diese Ender-Crystal-Dinger. Geil. Das hier muss ich halt irgendwie noch... dann mal umsortieren und so. Ja, wie gesagt, das ist halt alles sehr verstopft, ne. Glow-Stone. Ja, okay. Dann können wir den Drawer abschließen. Das bedeutet, wenn ich jetzt irgendwann mal was rausnehme, bleibt das immer noch gefiltert. Mit den Dingern. Das ist halt recht wichtig, dass das so bleibt. Ich muss mir jetzt was einfallen lassen, weil diese... diese Drauslutschen dauert mir zu lange. Und ich muss auf jeden Fall mehr Mob-Kill-Dinger bauen. Pass auf. Und zwar... Hier, ich würde jetzt Mob-Masher das Ding hier bauen. Und ich müsste halt bloß jetzt Schwerter bauen. Es ist relativ umständlich, aber ich kann 10 Stück bauen. Ich müsste 40 Schwerter bauen. Das ist alles kein Thema. Ich mache... Eisenschwert-Rezept und dann das Rezept. Das müsste ich hinkriegen. Bedeutet für mich... Wir machen das hier weg. Eisenschwert-Rezept. Plopp. Und das Rezept von den Dingern. Plopp. So, ich müsste Nuggets automatisch haben, genau. Dann baue ich das da mit. Das dauert mir einfach zu lange. Ich muss hier bloß einen freien... Da haben wir einen. So einen freien hier, ne? Einen freien. So, dann heißt es, ich hätte gern das Ding hier 10 Mal. Und... Start. Sollte eigentlich relativ leicht gehen. Ich muss halt unser Auto-Crafting-System irgendwann mal ausbauen. An für sich, ähm... Es ist nicht so zwingend nötig, aber ich sag mal, wenn man's hat, hat man's, ne? So, dann geben wir... Gib mir mal hier die 10 Stück. Dann brauche ich Fackeln. Die haben wir in the Inventar. In the Inventory. I'm sorry, I have the Inventory. Dann mache ich jetzt hier überall ein bisschen Fackeln an. Um die Monster-Spawns zu deaktivieren. Da fällt mir ein, ich muss mal kurz was raus... äh, mal kurz raustappen. Und mir mal selbst ein bisschen zugucken. Weil ein Kollege gestern, der zugeschaut hat, meinte, naja, es leckt halt. Ist dann abgehackt und so weiter. Da will ich jetzt mal wissen, wie fern das wirklich ist. So, wie sieht's aus da drin? Okay. Ich muss mir was einfallen lassen mit dem Licht. Ach, schade. Man zieht das leider nicht mehr durch den Boden durch. Ungeil. Ungeil. So. Ich muss mir auf jeden Fall was einfallen lassen, weil das mit dem Licht, das geht so nicht. Kann ich jedes Mal die Wand rauskloppen und das hier alles so machen. Da muss ich mir was einfallen lassen. Aber ich habe auch schon eine Idee. So, ich muss jetzt bloß irgendwie zusehen, dass die da rankommen. An das Ding, ohne mich da ranzusorgen, weil dann one-shottet der mich nachher mit dem, mit dem Upgrade, ne? Das muss nicht sein, sag ich mal. Das muss ich mal kurz nachdenken. Ähm. Hm. Ich nehme einfach hier so eine Platte raus. Noch eine Platte raus. Oh, shit. Ist der Hyperspeed-mäßig drauf, Junge. Oh, kacke. Ah, dammit, dammit. Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Zack. Zehn Stück. So, das heißt, er müsste die fast one-shotten, die Mobs. Jetzt muss ich bloß ein paar Vectorplates kriegen. Die sind alle jetzt irgendwo hier einsortiert. Die sind jetzt irgendwo hier drin. Äh. Hier sind sie. Das wollen wir auch nicht. Das ist schon wieder voll, das Teil. Boah. Da kommen noch Taschen. Das Ding ist auch voll, ne? Alter, wie viele Taschen da noch drin sind. Aber geil, da kann ich geil was machen, ja. Wir kommen zur neuen Folge von Da geil was. Ähm. Hier ist der Einjank. Wir machen dann so. Das ist in Ordnung. Wie gesagt, ich mache das jetzt mit dem Licht ein bisschen anders. Ähm. Ich überlege, ich müsste mir Lampen bauen. Die müsste ich halt einfach nur ein- und ausschalten. Ähm. Lass mich kurz überlegen, wie heißen denn diese Dinger? Einfach nur Lamp, ne? Die Rüten alten Glowstone-Lamps. Das ist relativ easy. Ich muss mir nur Blöcke machen. Warte mal, wie mache ich das denn? So. Ja, tatsächlich. Eine Menge Glowstone-Dust. Glowstone-Dust. Das läuft. Ähm. Glowstone-Dust. Ich hätte gern, ich sag mal, vier pro Seite. Das macht, äh, 16 richtig. So. Dann hätte ich gerne ein bisschen Rotstein. Das müsste hinhauen. Zack. Lampen. Dann habe ich Lampen, die ich einbauen kann. Dann muss ich die bloß noch mit Redstone ansteuern. Da überlege ich, gibt's dieses Kabel noch? Oh. Gibt's dieses Kabel noch? Jetzt muss ich kurz warten. Das Spiel wird langsam, äh, langsam. Ähm. Ja. Es gibt aus irgendeiner Mod so ein Kabel, das ist so ein, so ein, so ein Streifen, den du einfach an der Wand langkleben kannst. Ich hab jetzt keine Ahnung, wie das Zeug heißt. Wie heißt du? Wie siehst du aus? Das ist es nicht. Gibt's die Mod überhaupt? Ich glaube, Project Red, ne? Project Red. Hmm. Random Things. Es kann doch sein, dass es nicht Redstone heißt, sondern irgendwas, keine Ahnung, Kabel halt. War ja irgendwas, geredet. Probieren wir mal anders. Project. Also das ist Project E. Das ist Project Red, Project Exploration. Da bräuchte man dann, das Red Alloy Ingot war das. Wir machen das mal so, was kann man denn daraus, nope. Was kann man denn daraus bauen? Nicht mehr das, was ich denke. Was ein Scheiß. Schade. Gut, dann machen wir das Oldschool. Mir auch egal. Ist mir sowas von egal. Ich muss mir bloß überlegen, wie ich das jetzt mach. Ne, ich denke mal, ich schmetter hier jetzt so eine Lampe rein erst mal. Bam. Dann mach ich einen von der Wand weg. Warte mal, ich mach das mal noch einen rüber. Bleib hier, danke. Zwei von der Wand weg, Lampe. Ja. Zwei von der Wand weg, Lampe. Zap. Ich hab zu viel gebaut, glaube ich. Eins, zwei von der Wand weg. So. Ja, ich hab zu viel gebaut, aber ist mir egal. Eins, zwei von der Wand weg. So, dann haben wir hier nochmal eins, zwei von der Wand weg. Hm, 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 hm. Zwei hier. Die steu ich einfach mit einem, ups, die mit einem Redzone-Signal an und fertig ist der Lachs. Zap, zap, zap. So, mir fällt gerade ein, ich sollte jetzt, also, Scream funktioniert, ne? Ich hab mir das jetzt mal angeschaut, weil, wie gesagt, jetzt hat jemand gesagt, das leckt. Bei mir nicht. So, ich kann es jetzt manuell mit Schaltern machen, Hebel. Ich kann aber auch theoretisch gesehen, äh, andere Sachen benutzen. Guck mal, aber die Anoden und sowas gibt's noch. Das ist auch aus der Mod und das sind auch diese Dinger. Ne? Pointer und so ein Shit alles. Warum ist dann das da nicht mehr drin? Das war ein ziemlich geiles Ding. Das hätt ich denn jetzt einfach da lang geschmiert, außen rum und hätt's dann einfach per Hebel an und ausgestellt. Fertiges. Nun, ja. Dann lassen wir dat. Dann mach ich hier die Leiter, äh, die Treppen wieder rein. Mach jetzt erstmal... Ich hab eigentlich... Hab ich da nicht ne... 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 ne Fackenl? Doch, da, da ist sie. So, dann mach ich jetzt überall das Licht wieder aus. Da hab ich's vergessen. Ne, hab ich nicht. So. One-Shot. So hört sich dat. Mobs müssen gewoneshottet werden. Immer und immer und immer und immer. Ull. Ull, das hört. Ull. Hm, so geht's auch. So, dann müsste das Shit-Shot-Shot-A-Drin, äh, dunkel sein, ne? Richtig? Ja, ich glaub schon. Ich glaub schon. Jo, dadurch, dass die Mobs jetzt gewoneshottet werden, kann ich mal kurz duschen. Na, ich hebe mir das noch ein bisschen auf. Ich will dann nachher ein bisschen, ähm, dat machen. Dat, die würde ich auch noch auffressen in der Zeit. Dann können wir endlich fliegen. Endlich. So, ich brauche noch ein paar Drawer. Storage-Drawer. Dafür brauche ich Material. Ich brauche Drawer. Und hopp. Das sollte dann hoffentlich ausreichen. Genau, da kommt diese komische Milz rein. Warte mal gucken, was noch übrig ist. Dann haben wir das auch bald erledigt, endlich. Flasche kommt noch rein. Eye of the Storm kommt noch rein. Zucker wird sicherlich noch irgendwo rein müssen. Lorem Ipsum, was auch immer das ist für eine Scheiße, muss da noch rein. Das ist vielleicht sinnvoller, diese zu benutzen als die anderen. Gerade für den ganzen Mist, den wir nicht brauchen. Und hier ist auch schon einiges drin. So, einiges. Und hier sind auch eine Million Taschen drin mittlerweile. Diese Millionen Taschen werde ich später auspacken. Und mir daraus eine kleine Farm bauen. Schauen wir mal, was dann daraus wird. So, damit haben wir das. Und ich würde jetzt gerne mal in Richtung Quest gehen. Genau, Growth Crystal ging ja nicht. Genau, ich würde gerne die Pflanzen weitermachen. Damit die Quests. Was ja unser Plan ist. Ich hätte gerne halt, ähm... Ja, diese, diese... Diese ganzen Items halt, die ich brauche. Das ist jetzt ein bisschen klobig, wie ich das so sage. Aber das ist der Fall halt. Ähm, ich brauche halt eine Menge Enderperlen. Sehr, sehr viel Enderperlen. Sehr, sehr viel von diesen anderen Krams. Und ich finde das immer noch zu langsam. Hallo, ähm... In Richtung Berlin. Also, mehr Brandenburg. Wieso? Warum möchtest du das wissen? Einfach so? Okay. Das ist gut, wa? Kling, 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 kling. So, noch... Zwölf Level. Dann können wir endlich fliegen. Endlich. So, das Ding kann wieder zu. Das ist echt praktisch. Wirklich. Die Mod ist richtig gut. Wenn ich jetzt noch, äh, hier noch auf Looting gehen würde. Ne? So, ähm... Jetzt lassen wir mal kurz gucken. Ähm... Wir haben hier noch... Was zum Abschließen. Klack und klack. Dann kann ich hier noch so ein Teil reinschmeißen. Dann wird auch nochmal ein Platz verballert mit. Verballert. Jo, da kann dann halt das Eisen rein. Erstmal. Dann kann ich das hier erstmal abschließen, damit ihr könnt... Anderer Shit reinkommt. Das hab ich mir nicht fast gedacht. Das soll nämlich da nicht rein, der Scheiß. Ne? Das ist ungünstig. Was ich jetzt auch noch machen kann, ist, äh... Ich hab ja eine Million Herzen scheinbar. Jo, hab ich. Ich kann mal die erhöhten Herzen bauen. Und ich hab irgendeinen Schmarrn auf der Brille im Moment. Ich muss das mal kurz entschmarrnen. Schmarrn, 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 schmarrn. So. Der Durchblick. Okay. Hm. Warum hör ich keine Monstergeräusche mehr? Ich hab irgendwas falsch gemacht, glaub ich. Ich muss mir mal dunkles Glas machen. Da kannst du durchgucken. Ohne, dass Licht reinkommt. Was ziemlich geil ist. Aber jetzt müssen wir erst mal gucken. Imaginary Time Block. Äh, ich hab hier eigentlich irgendwo... Hier, da hab ich das Rezept für die Dinger. Ich hab eigentlich... Da, ich hab gesagt 50 brauche ich, ne? Brauchen wir denn? Wir brauchen... Wir brauchen mehr... Mehr Diamanten. Das ist kein Problem. Mehr Diamonds. D-d-d-diamonds. So, dann brauche ich jetzt... Erstmal hole ich hier ein paar Ender-Pelskis. So, und... Ich hab hier irgendwo... Da hinten sind sie. Ein paar... Ein paar von den Jungs. Drei Ender-Crystals. Naja, ist jetzt nicht der geilste Shit, aber das läuft schon. Und ich mach mal diesen hier. Und schmetter das mal schon rein. Dann machen wir uns ein paar Diamanten. Wir müssten eigentlich genug Essenz haben, um Diamanten herstellen zu können. Das ist, äh... Vollzeit-Dingens. Klack. Ja, das ist noch nicht so geil. Wenn ich den Imaginary-Time-Block hab, dann geht's da hinten richtig hardcore ab. Dann hab ich da Essenzen und unendliche... Und im unendlichen Maß... Oh, Mann, ey. Ja. Das heißt, wir haben zu wenig Diamanten, ne? Zu wenig Diamanten. Das ist nicht gut. Das ist nicht so gut. Das ist, äh... Nicht so geil. Jetzt muss ich mal kurz, kurz gucken. Ich muss die Diamanten, die hier drin sind, spreaden. Das Problem ist, ich weiß nicht mehr, was davon Diamant ist. Es hat doch Nachteile, das Ganze. Ne? Was davon ist jetzt Diamant und was nicht? Ah, da hinten sind welche. Stimmt, ich hab die hier angebaut, weil ich die hier eigentlich, ähm... Vermehren wollte. Ähm... Ich hab einen gekriegt. Wo sind die anderen hin? Kriegt man nicht immer einen von den Diamanten? Kann das sein? Ist das möglich, dass man nicht immer einen bekommt? Ich weiß es nicht. Zip. Diamond suits. Zip. Zwei, eins, eins. Das heißt, ich kann das Ding hier nochmal kaputt machen. Das sind Einser, die ich mal von aus. Dann haben wir das hier, das hier. So, dann bauen wir das und dann machen wir die hier weg. Plupp, plupp. Und dann soll das von selbst gehen. Ja, das ist alles ein bisschen langwierig hier. So, das ist auch verbessert sicherlich. Was haben wir da schön nicht? Oh, zwei, eins, zwei. Was ist denn was einfallen, das mit dem Hochlaufen? Ich muss jedes Mal springen. Das ist alles verschwendete Zeit, hätte ich fast gesagt. Das ist sicherlich alles eins, eins hier, ne? Kann ich das schon mal wieder aufbauen. Ich gehe mal davon aus, dass das Einser sind. Jo, sind das. Dann würde ich nämlich das hier reinschmeißen. Zap. Und die hier wegwerfen. Ja, die alten Dinger, die wollen wir nicht mehr. Dann verbreiten die sich und dann kann ich die weiter forschen. So wie hier. Das ist halt alles ein bisschen doof hier. So, da ist das. Diamant muss nachwachsen. Das ist alles ein bisschen... Naja. Eisen-Essenz. So. Ha. Ha. Hier fehlen ein paar Diamanten. Ich kann nicht weitermachen. Ich müsste Diamanten wiederherstellen. Das Problem ist, ich habe die Siebe abgerissen. Beziehungsweise es ist nichts mehr verbunden da unten. Weil ich das nicht mehr für nötig gehalten habe eigentlich. Und jetzt hängt das Game. Yay. Nice. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Einen Augenblick. Oh, komm schon, fang dich wieder, ey. Komm schon. Mit ein bisschen Pech ist das jetzt gecrashed, ne? Das wäre jetzt nicht so geil. Das Problem ist, manchmal hängt Minecraft einfach so. Und ich weiß nicht, wieso. Warum dazu ist. Ich glaube, das ist gecrashed. Es erholt sich nämlich nicht mehr. Ich habe ja so schon Probleme gehabt, dass es zwischendurch hier jetzt gehangen hat. Ja, das ist jetzt natürlich nicht so schön. Jetzt muss ich mal kurz hier in den Editor gehen. Das wird jetzt mal ein bisschen anders machen hier. Ich brauche eine weitere Quelle. Bildschirmaufnahme, Quelle hinzufügen. Der Bildschirm. Qualle hinzufügen. So, jetzt seht ihr mal was, was hier gerade abgeht. Es hat sich aufgehangen, die Scheiße. Es hat sich völlig aufgehangen. Das Problem ist, dass mein Arbeitsspeicher auch super low ist. Und einfach diese Pack viel zu viel frisst. Und jetzt ist alles so verlangsamt, dass ich kaum was machen kann hier. Der Witz ist, dass das aber irgendwie nicht damit, dass damit nichts passiert, ne. Das ist eigentlich nichts. Das ist so... Scheiße ist das, Mann. Ja. Gecrashed. Schön. Das Problem ist, es kann sein, dass ich extra neu starten muss, ne. Das ist auch schon passiert. Das ist alles nicht so einfach. Das ist alles nicht so einfach. Ich kann da ein paar Sounds machen. Pling. Pling plung. Pling. Plung. Alter, und das jetzt mit Minuten lang. Ne, Mann, das können wir auch nicht machen. Das geht so nicht. Ich kann aber auch nichts anderes machen jetzt, während das lädt, ne. Das ist halt ungünstig. Mal hier mal gucken. So sieht die Auslastung halt aktuell aus. Was hier auch für ein Scheiß mitläuft teilweise. Das ist echt Wahnsinn. Ich brauche ein bisschen mehr RAM. Ich muss mir mal noch einen Stick kaufen demnächst. Bung. Äh, plung. Pling. Ist ein bisschen zeitverzögert mittlerweile. Pling. Plung. Pff. Ja, 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 ja. Komm schon, hier. Ich zieh dich jetzt voll ab. Das Geile ist, das dauert manchmal ewig, bis du hier gewonnen hast. Bei dem, also gewonnen, also mal einen Punkt gekriegt hast, ne. Weil das einfach random davon abhängt, wohin sich das Teil da links bewegt, ja. Also ich lüfte da mal hoch und runter. Da muss das irgendwie Glück haben. Es gibt ja keine direkte Methode, das Ding anzuschneiden oder sowas. Leider Gottes. Ja, 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 ja. Und wieder kriegt das. Das ist doch... Weißt du, ich hab schon... Random Pong Runden gehabt hier, ja. Da hab ich das Spiel einfach... Es liefert in dem Hintergrund. Ich hab mich nicht bewegt, denn da mehr Punkte als IRI. Also das ist manchmal echt komisch. Und jetzt krieg ich nicht einen verdammten Punkt mehr. Ich weiß nicht, wie ich den ersten Punkt gemacht hab. Das, äh... Ist leicht unverständlich. Yeah, 2 zu 0 für mich. Nein, nicht hängenbleiben. Aber ihr seht, das ist spannend. Das macht Spaß. Das Problem ist, ich kann auch keine Musik anmachen, weil ich nicht weiß, was... Was kannst du benutzen, was nachher auf YouTube nicht gleich wieder, äh... Den, den, den... Dir das Genick bricht, ne? Was kann ich tun? Pling. Plung, pling. Oh, Mann. Nullart hinne. Oh, deswegen hab ich gestern zu dem Kollegen gesagt, äh... Der Modpack irgendwie machen oder spielen wollen würde. Multiplayer-mäßig, dass man... Dass es nicht sowas sein soll, was so lange lädt. Weil wenn's wirklich mal crasht, dann brauchst du erstmal ewig. Das ist super beschissen im Stream. Und das ist so... Ekelig. Aber ich wollt's unbedingt spielen, weil O-Sound ist ne coole Sache. Ich hab den zweiten Teil schon gespielt und wollt jetzt unbedingt auch den dritten spielen. Aber ihr seht ja, was daraus wird gerade. Ich hoffe, dass es nicht nochmal crashed so schnell. Ich hoffe, dass es überhaupt richtig lädt. Äh! Der cheatet! Der cheatet, Alter! Ah, jetzt hängt's wieder. Megamäßig. Mal gucken. Wenn's jetzt crasht, dann ist es halt Pech gehabt. Manchmal ist es auch mit dem Windows so seltsam, dass du den Rechner neu starten musst. Das ist echt komisch. Das ist wie ein Space Engineer. Jetzt startest du, dann leckt das wie Sau die ganze Zeit, ne? Es bleibt immer hängen oder so. Dann startest du das Spiel neu und plötzlich geht's. Warum auch immer. Das ist bei Minecraft manchmal genauso. Oder gestern. Da hab ich auch gespielt. Und dann hing alle paar Sekunden das alles. So ein bisschen. Dann hab ich den Rechner nur gestartet, dann ging's. Ich weiß auch nicht. Da hab ich WoW gespielt, glaub ich. Da war das so. Ja, ich muss euch jetzt irgendwie unterhalten hier an der Zeit, wie das Ding lädt. Aber hey, wir sind schon bei 4 Minuten, äh, 30. Das heißt, noch eine Minute circa. Dann ist das ja im Durchschnitt geladen. Dann müssen wir bloß noch eine halbe Stunde warten, bis das mal weiter ist. Die AI hat einen Punkt gemacht, weil das Scheißding gehangen hat. Blip. Blup. Das ist ein bisschen, äh, cheaten hier, ne? Cheaten im, äh, hohem Niveau jetzt nicht, aber das ist schon nervig. Die AI cheatet. Medivh mogelt. Blip. Blup. Blip. Äh, upsie. Blip. Blup. Oh Mann, ich will einen Punkt machen. Komm schon, noch einen Punkt, bevor das losgeht. Blip. Blup. Ja, Blup. Blup, vor allen Dingen. Blip. Äh. Tü, 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 tü. Blip. Nice, Punkt. Blup. Loading Recipes. 123.000 Rezepte. Das lässt sich, kann sich schon sehen lassen, ne? Ich hab hier auch einen Schmarrn drauf, ich kann die 1 gar nicht sehen. Ne, das ist der Strich. Ich wollte schon sagen, was ist das denn? Ich mach noch ein Bildschirm, ich kann die 1 nicht sehen. Ne, 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 ne. Oh, Indexing Ingredients, Mann. 6 Minuten Ladezeit. Das erinnert mich an ARC. Dieses, ähm, Primitiv Plus. 15 Minuten Ladezeit. 15 verdammte Minuten. Das ist dann ein Crash-Start-Game direkt danach. Hatte ich noch nicht, aber es kann passieren. Yeah, und jetzt muss man noch hier eine Stunde warten, bis das so weit ist. Super. Weil das lädt auch gerne mal sehr lange. Ich hätte eine Light-Version spielen, sein Freund irgendwas. Loading World. Mhm, 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 mhm. Aha, 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 aha. So, dann kann ich ja die Bildschirmaufnahme weg machen. Plopp. Jetzt sehen wir nur noch das Game. Willkommen zurück in PO3. Willkommen zurück im Building Terrain mit PO3. Jetzt ist die Frage, ist alles jetzt richtig geladen? Oder ist das, was den Crash verursacht hat, jetzt noch da? Oder was war es? Das sind die Fragen, die uns beschäftigen werden. Das ist ja nicht so, als wäre das auf der Festplatte installiert, sondern es ist ja auf der SSD, auf der SSD das ganze Ding. Ja. Daher schon, ähm, da ein bisschen was, ne? So, jetzt muss ich das ja ein bisschen laden lassen. So, zack, zack, zack. Deswegen gehe ich zwar nicht in den Nether. Wenn das da passiert, so wie beim letzten Mal, dann ist die Welt wieder am Arsch, wenn ich Pech habe. Und da habe ich keinen Bock drauf. So, wir sind wieder am Leben. Jawohl, ja. Diamond Essence ist alles ein bisschen... Ja, genau. Unser Problem war, unsere Diamanten sind alle... Oh, lecky, 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 lecky. So, aber jetzt sind doch die Kabel ein bisschen besser als so wieder verbunden und so. Genau. Ich hatte das gerade weggelegt. Ich muss, ähm, Diamant Essenzen mehr herstellen und sowas. Okay, okay. Also, bevor wir das alles machen. Wir sagten ja, Quests. Das heißt, ich mache jetzt, ähm, aus den Sachen, die wir noch haben, irgendwas, was Quests angeht. Und zwar, wir haben hier noch eine Tier 5 Crafting Essence. Tier 5 Crafting Essence. Da kann man alles Mögliche machen. Ich muss mir die jetzt erstmal in die Hand nehmen, damit wir die Quest abschließen können direkt. So, damit wir da den Bonus drauf bekommen. Das müsste ausreichen. Jawohl. Und wir haben auch schon Diamond Seeds fertig. Sehr schön. Das heißt, Claim. Und Claim. Nochmal 30 Rack mehr. Jetzt geht's langsam richtig hardcore ab hier. Draconium. Wir müssen natürlich erstmal Draconium herstellen. Aber man könnte jetzt theoretisch schon Draconium Seeds machen. Ich habe schon ein bisschen Draconium rumliegen. Wahrscheinlich nicht genug. Ich könnte mir vorstellen, dass sie dafür auch den Drachen, äh, irgendwie, also, dass sie da irgendwie, 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 ne? Gut, auch das jetzt funktioniert jetzt ein bisschen besser. Das ist sehr schön. Draconium, ne? Ups, Draconium Seed. Wir brauchen nur 4 Draconium und 4 Supreme Essence, was kein Problem darstellt. Denn Draconium, ich habe das hier rumliegen irgendwo. Ich habe, äh, habe ich nicht. Oh, kack. Ich brauche noch mehr von dem Zeug. Draconium Orpi. Ich habe 28. Das sind sieben Stück. Die sieben Stück muss ich jetzt backen, ne? Ne, die kann ich pulvern und dann verdoppeln, richtig? Brennen instant. Let's don't turn this pulverizer. Doppeln, genau. Pulverizer verdoppeln und dann verbrenne ich die, dann habe ich das. Dann kann ich Draconium herstellen. Alter, wie geil wäre das denn? Dann könnte ich relativ easy, äh, ein Core bauen. Ein Tier 1 Core. Und könnte darin dann unsere Energie speichern. Ich möchte ja ein richtig fettes Energiesystem bauen später. Auch wenn das alles nicht so zwingend nötig ist. Aber wenn du die Möglichkeiten hast, warum halt nicht, ne? Oh, äh, da. Machen wir das mal kaputt. Dann mache ich Draconium Seeds. Das ist natürlich geil. Ich würde dann auch... Ich habe ja so viel von diesen Essenzen jetzt, ne? Ich brauche halt nur mehr Diamanten, was ja im Augenblick unser Bottleneck ist, sage ich mal. Ich bräuchte mehr Diamanten, mit denen ich ein bisschen was anstellen kann. Denn ich würde gerne, ähm, den, den End, diesen, diesen letzten Kristall davon bauen. Und mit denen würde ich dann die ganzen neuen Rezepte schreiben. Dann geht... Verlieren wir da keine Diamanten mehr. Das bedeutet aber auch, dass ich noch... Diese Sachen hochcraften muss. Auf die noch höhere Stufe. Es ist halt... Oh, fertig, ne? Ja. Das ist halt, ähm, so noch ein bisschen das Problem. Ähm, so. Halt, warte mal. Ich nehme mir mal hier so ein... Zwei, äh, zwei, drei, vier raus. So, ich habe ja hier schon das, was ich will. Drakonium, Inget, Ex nihilo, Creatio. Das ist natürlich... Ist das jetzt... Ist das jetzt, äh... Ist das jetzt das Gleiche? Any Inget, Drakonium. Okay, ja, klar. Alles klar. Dann brauche ich jetzt noch vier von diesen roten Essenzen. Das ist jetzt nämlich genau das, ne? Das Problem. Weil er wird mir jetzt zwei neue... Neue... Also ein paar Available. Er wird ein Craften. Das heißt, ich werde einen Diamanten verlieren. Ähm... Ja, gehen wir mal drauf ein. Ist schon in Ordnung. So, dann schmeiße ich das Drakonium jetzt da so rein. So. Die Essenz rein. Jetzt dauert das halt eine ganze Zeit, bis diese vier Dinger gecraftet sind. Weil das hochzukraften dauert eine ganze Weile. Ne? Man könnte dem ganzen jetzt hinten noch zuschauen. Ich werde halt noch ein paar Molekular-Assembler bauen. Ich muss halt noch das Ding hier ausbauen. Das wird ja alles noch riesengroß jetzt. Ich muss halt die Plattform ausbauen. Ich wollte hier noch eine zweite Stufe oben draufstellen. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich das mache. Ne? Joa. Was machen wir jetzt in der Zeit? Wir haben wieder einen Diamanten mehr. Wir brauchen... Was habe ich gesagt? Wie viele Diamanten brauchen wir? 50. Ich brauche noch 14 Diamanten, ey. Ich muss jetzt irgendwo herzaubern. Diamond. Kann ich Diamonds noch anders machen? Damit in Ordnung. Aus Nuggets. In Ordnung. Kochen, wenn ich das ganze Zeug da habe. In Ordnung. Ich kann es verflüssigen. Ne? Ich kann es... Warte mal. Klar. Klar, 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 klar. Klar, 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 klar. Dann machen wir das erst mal weg. Machen die Rack hier rein. Ähm. Packen wir die ganzen Seed-Dinger wieder weg. So. Und so. Habe ich denn schon das fertig, soweit? Fast. Wow. Warte mal. Dann kann ich das doch gleich fertig machen, bevor ich jetzt hier... wie bekloppt rumrenne. Boom. Draconium-Seeds, Alter. Ist ja Nonplusultra hier schon. Huh. Nein! Ja, es ist ein Management hier, ja. Ein Hin und Her mit den ganzen Hickhack-Krams hier. Was ein Hickhack das ist. So. Ich hätte gern irgendwo noch einen Platz, wo ich das jetzt aufstellen kann. Irgendwo, wo es nicht... Hier hinten zum Beispiel. So, verteile ich mal. Es mutiert scheinbar ja auch, wenn ich... wenn es nur angepflanzt wird. Wie sieht es hier aus? Das kann ich auch mal rausnehmen. Da hinten sind ein paar Pflanzen gewachsen. Juh, dann kann ich bald eine Gießkanne machen, mit der ich das ganze Ding ein bisschen beschleunigen kann. Weil mit einer Gießkanne auf einem Fleck zu gießen, das ist ziemlich schäbig. Da hätte ich gerne ein bisschen mehr von. Ähm. Das muss jetzt nicht zwingend da rein. Warte mal. Das mache ich hier rein. Was ist hier drin? Schulker. Schulkerberatung. Willkommen zur Schulkerberatung. Oh ja, da sind Endermen drin. Was haben wir wieder? 62. Wir werden mal duschen. Aber mittlerweile ist das Ding sogar voll. Fast. Okay, jetzt fängt der Tank an leer zu laufen. Noch 6 Level. Oh, wie viele Erfahrungspunkte das sind. Dann kann ich nicht mehr runterfallen, was mir schon mal einen Vorteil gibt. Beziehungsweise, ich kann schon runterfallen, aber es ist nicht mehr so tragisch. Ich kann Zeit abfangen. Und das Scheiß-Ding ist schon wieder voll. Ich brauche Void-Upgrades. Das wird Zeit. Es wird Zeit für Void-Upgrades. Es wird Zeit für Void-Upgrades. So, Basic-Drawer. Basic-Drawer. So, Sticks, ne? Da habe ich ja auch irgendwie gefühlt eine Million von. An diesen Dingern. So, weg damit. Und Void. Da haben wir doch eine ganze Menge Obsidian gehabt hier drin. Da. Dann kann ich die ganze Kacke nämlich gleich verballern. Ballern. Ballern. Verballern. Das, 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 das und das. Das kann weg. Das, das und das. Und das. So, es müssten alle, alle wichtigen, damit belegt sein, richtig? Kann ich eigentlich auf das ganze System zugreifen? Ne, kann ich nicht. Natürlich nicht. Wäre auch zu einfach. So, jetzt müsste alles, was hier drin ist, aussortiert werden. Bis auf die Sachen, die noch nicht einsortiert sind. Und es scheint einiges zu sein. Da laufen ein paar Items zurück. Ich muss ja kurz überlegen. Ich sortiere das mal hier so ein bisschen. Hopp. Das ist nicht einsortiert. Das ist nicht einsortiert, beides. Aber das ist nicht so schlimm. Ich muss auch sagen, dass das Sortiersystem langsam ist. Ich müsste das mal umbauen. Mit was, mit was Sinnvollem. Ich müsste auch das hier mal umbauen, weil das ist super umständlich. Ich hätte das gleich in diesen kleinen machen sollen. Ich wusste nicht, dass man mit den Void-Upgrades so viel erreichen kann und so weiter. Also, bedeutet das jetzt für mich, ähm, Drawer holen. Oder, was haben wir hier? Die sind hier drin. Ja, ich habe vorgeseucht. So, pass auf, dann will ich jetzt. Das war eigentlich dämlich, aber es ist okay. Nein, genau das wollte ich nämlich nicht. Raus da. Nein, das ist beschissen. Jetzt muss ich mir was überlegen. Warte mal, das geht so nicht. Das geht so überhaupt nicht. Raus. Raus den Scheiß hier. Raus den Scheiß. Raus den Scheiß. So. Also, ich mache das Dimlet nach oben. Das ist jetzt das Erste, was rausläuft. Dann ist Karotte noch drin. So, das sind die zwei Items, die jetzt in dieses Ding da reinlaufen sollen. Das bedeutet, ich schließe den jetzt hier auf. Dann laufen die Items, die nicht drin sortiert sind, rein. So. So machen wir das jetzt. Na, so ganz einfach machen wir das jetzt. Und jetzt müsste rein theoretisch alles wieder rausgelutscht werden. Weil alles ja hier diese lustigen Dinge hat. Ne? Ich hoffe. Das müsste alles funktionieren. In Ordnung. Dann heben wir mal die hier. Es gibt nicht mal mehr Sound. Hat es ja vorher nicht gegeben, ne. So, nach zwei Level. Nach ungefähr einem Level. Und dann können wir endlich fliegen. Es gibt mir ein bisschen auf die Nudel hier, die ganze Scheiße. So. In welchem Biome sind wir eigentlich? Im Forest. So, das habe ich mich ablenken lassen. Mann. Das Ding ist leer, ne. Diamanten. Da sind 47 Diamanten drin. Warum eigentlich? Schön. Sehr schön. Dann können wir doch jetzt diese 50 Dinger bauen. Wo sind sie denn? 50 von denen. So, bau mal. Dann haben wir Imaginärer Timeblock. Imaginärer Timeblock. Haben wir. Da hinten zeigt ja die Darnese an etwas da durch. Das finde ich echt so witzig. Ich brauche... Äh, ich muss... Ähm, das hier. Das muss ich noch bauen irgendwie. Darkstone. Mal gucken. Wie macht man Darkstone? Indem man einfach nur Black... Also schwarze Farbe und Cobblestone. Das ist scheißegal. Das ist also kein Problem. Ich muss dann nur diese Dinger hier bauen. Bestehend aus diesen Teilen. Ich muss also noch ein Gold-Casing machen. Ähm, ich glaube die 50 Dinger sind fertig. Ist noch dabei. Ja? Bist du dabei? Ah, 50. Okay. Ähm, ich brauche... Mal gucken, da lässt du ein bisschen rangehen hier. Ich brauche... Ah ja. Ich brauche einen von denen. Bauen. So. Dann nehmen wir den mit. Und ich brauche einen Molekular-Assembler. Molekular-Assembler bauen. Können wir bauen. Ich muss halt gucken. Ich muss ein paar von den ganzen Dingern nachher nachbauen. Mal nachbauen. Molekular-Assembler. Sehr schön. Dann haben wir hier wieder ein System. mehr dran. Ähm... F7. Ein Molekular-Assembler. Und ein weiteres ME-Interface. Dann kann ich das Ding hier nicht mal zukleistern langsam. So. Also einer mehr, der arbeiten kann. Ja? Und... Läuft. Läuft, 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 läuft. Dann hätte ich gerne jetzt mal... Irgendwas hier. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen rumsortieren. Zum Beispiel den scheiß Screeper-Cop wegwerfen. So. Dann haben wir hier die blöden Strings, die wir nicht brauchen. Dann haue ich hier rein. Das Papier, das kann man immer hier brauchen. Die Drawer pack ich... Die Drawer pack ich... Ups, so nicht. Die Drawer pack ich mal hier mit rein. Die Drawer. Dann schmeiße ich den scheiß Cobblestone direkt weg. Dann gucke ich hier mal rein. So, das können wir wieder rausnehmen. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich brauche jetzt auf jeden Fall... Das hier. Dann hätte ich gern... Wir machen das mal ganz simpel. Das hier. So. Ähm... Da muss ich gleich noch ein bisschen schwarze Farbe herstellen, erst mal. Bitte nicht crashen. Bitte nicht crashen. Bitte nicht crashen dich schon wieder. Ja, danke. Ähm... Lass mich kurz überlegen. Ich muss... Das erst mal weg. Dann habe ich jetzt hier... Das Ding und das Ding. Ich weiß gar nicht, wofür dieser Block überhaupt ist. Ähm... Fuck, was wollte ich denn jetzt? Ich wollte... Genau, ich wollte erst mal gucken, wie man schwarze Farbe macht, ne. Das muss ich erst mal rausfinden. Achso. Ich bin im falschen Terminal. Wupp. Machen wir das mal so. Ähm... Das hier. Das brauche ich. Okay. Das bedeutet, ich mache mir jetzt... So wat. Schwarz. Dann mache ich mir Cobblestone. So wat. Na. Ähm... 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 Das habe ich ja blöd gemacht jetzt. Dann machen wir uns kurz ein bisschen Ink. Inki, Pinky. Pinky mal Linky. Wenn ich nicht so blöd wäre, dieses Glitzer-Zeug zu finden. Hier. So. Das. Da rein. Das ergibt gar nichts. Warum nicht? Soll ich scheiße? Organic Black Die. Wither Dust geht auch. Scheiße habe ich das umsonst gemacht. Das war doch nicht so schlimm. Ich kann das ja nochmal resetten. Wither Dust. Wirklich? Und ich meine Stack Wither Dust. Das ist mir auch egal. Haben wir auch mittlerweile mehr als genug von dem Schrott. Das kann ich auch komplett rausnehmen. Ich könnte auch die ganze Farm dahinten anschließen. Ich müsste halt bloß ein Kabel dran machen und ein Stowage-Teil. Das kann ich später mal noch machen. Das kommt mal noch irgendwann dazu. Gut. Dann machen wir das halt nicht. Machen wir halt Wither Dust mit rein. Indem wir das verkacken. Dann machen wir Wither Dust mit rein. Wither Dust mit rein. Geht auch nicht. Wat? Ziemlich verarschen? Wither Dust. Wither Axe. Äh, Nether Axe. Dark Utilities. W-w-w-what? Ich fühle mich leicht gerollt hier. Dark Sugar. Geht Dark Sugar wenigstens? Oder das Block Dark Sugar? Das geht auch nicht. Oh, jetzt kotzt mich das an. Alter, was soll das denn jetzt? Jetzt muss ich erst mal gucken, wie ich irgendwas... Halt, da war doch. Oder, nee, halt, ich muss... Es muss ein Gechiseled... Nee. Doch, Chiseled Stone. Nee, warte mal. Amber Stone. Stone. Es muss ein normaler Stein sein. Ah. Ah, ja, 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 ja. Warte, warte, warte. Das haben wir doch auch hier drin, ne? Das haben wir doch... Doch, doch, hier, doch, hier, hier, hier. Stone. Stone und... Ink, hab ich gesagt, ne? Das muss jetzt hier drin sein. Da ist Ink. Fuck, nein, immer noch nicht. Was zum Teufel? Weg. Was zum Teufel? Das regt mich ein bisschen auf, dass ich jetzt diese Scheiße extra herstellen muss. Das kann doch Kobbel... Ach, Stein und Kobbelzern. Oh. Mann. Was denn jetzt? Das hier muss Kobbeln sein, ne? Meine Fresse. Jetzt aber. Ink. Ink. Mann, ja, endlich. Es gibt's doch nicht, ey. Rum, ihr Fummel hier mit der Scheiße. So, dann haben wir das. Damit hab ich die Basis von dem ganzen Mist. So. Dann muss ich jetzt nur noch diese Dinger hochcraften. Offiziell. Also im Grunde... Das Ding... Nope, so nicht. Also im Grunde... Das Ding... Das Ding... Ich bestell mal nochmal 10 von den Dingern hier. Jetzt müsste ich das Ding ja super schnell craften eigentlich, weil ich jetzt so viele Moly Color... Assembler hab. So, und dann ist der nächste ist... Das ist dann hier schon... Den haben wir schon, ne? Dann ist das hier der letzte. So, jetzt brauch ich im Grunde bloß noch einen Knopf drücken und dann baut er mir die. So, das heißt... Imaginärer Timeblock... Craften. Mir fehlt Red Star und mir fehlen zwei Nether Stars. Das ist kein Problem. Fünf von diesen Dingern werden gemisst. Weil ich die noch nicht fertig gemacht hab. So, das brauchen wir auch noch. Und Nether Stars Redstone. Nether Stars waren hier irgendwo drin. Ich hab ja ein paar von den Dingern. Ich hab die ja... Warum sonst gekriegt? Ich hab die aus dieser Tasche. Da sind sie. Guck mal. Kann ich auch bald Nether Star Essence machen, ne? Guck mal, kann ich das schon? Also Seeds. Dann muss ich das nicht mal mehr über diese Dove Tasche machen, sondern kann das einfach direkt anpflanzen. Aber ich glaub, dafür brauch ich ein Wither Mob Scheiß Dingens. Wither Mob Scheiß Dingens. Ich bin bestimmt schon... Na hier, da ist es. Na das da. Ne, ich brauch bloß die Inzenium. Nur Inzenium. Mit Inzenium, Alter. Geil, geil, geil. So. Also das ist jetzt das. Dann kann ich jetzt... Da reinschmeißen. Schmeißen. Und das reicht gerade so aus für das Ding. So, zweiter Versuch. Imaginärer Time Block, bitte. Imaginary, da oben. Imaginary Time Block. Next. Mir führt immer noch Redstone. Ist ja kein Problem. Wir haben hier Essenzen gemacht. Zack. Muss ich dann auch mal als Rezept machen, dass ich dann Essenzen zu Zeugs mache. Noch ein Versuch. Imaginärer Time Block. Und Start. So, jetzt muss ich bloß noch warten, bis das Ding gebaut ist. Das sollte ja relativ fix gehen eigentlich. So viele Parts sind es ja nicht. Ich habe ja schon vieles vorgecraftet im Endeffekt. Ja, guck mal, da ist er. Der imaginäre Time Block. Jetzt muss ich rein theoretisch bloß noch Strom daran anschließen. Ich muss ihn jetzt hier vorne irgendwo hinschmettern. Ich weiß leider nicht mehr, in welcher Range der arbeitet. Das finden wir gleich raus. Ich schmeiße ihn erstmal hin. Und dann gebe ich dem Ding erstmal Saft. Das wird noch ein kleines Problem. Die Laser-Dinger gehen bis hier. Ich muss jetzt mal gucken, wie mache ich jetzt Saft dran? Wie mache ich jetzt Saft ran? Ich könnte noch ein Laser-Teil bauen. Das ist, glaube ich, gar nicht so eine blöde Idee. Ich weiß aber nicht, ob das Ding hier durchgehend ausreicht mit dem Strom, so wie ich es dann mache. Na, aber ich kann ja mal gucken. Hier, Laser... Laser... Das muss hier irgendwo sein, da oben. Energy Laser Relay. Was ist denn der Advanced davon? Advanced, da brauche ich Empowered Inuri-Kristalle. Das ist mir zu aufwendig. Ich mache das erstmal so. Ja, ich muss jetzt erstmal zwei Ritz-Zone-Blöcke machen. Einen Coil bauen. Coil, Coil, Coil. Und labgecoilt. Und dann muss ich all den ganzen Scheiß, der hier vorne steht, erstmal wegmachen. Weg. So. Also, wir fangen an. Bum, bumm. Damit. Das geht nicht, weil ich nichts von all dem habe. So, das konnte ich irgendwie herstellen. Nicht nur daraus, sondern ich konnte auch irgendwie... Crushed Black Quartz umwandeln. Smoky Quartz konnte ich verbrennen. Smoky Quartz machte man so, ne? Ich habe von allem nicht genug. Das ist alles nicht lustig. Da. So, das habe ich also. Dann brauche ich das. Jetzt muss ich gucken, was war Smoky Quartz. Smoky, Smoky. Smoky Quartz. Aus Charcoal oder Kohle. Das hingegen ist kein Problem. So, haben wir. So, dann muss ich Smoky Quartz brennen. Ich brenne darauf, das fertigzustellen. So, und wenn das gebrannt ist, dann ist es fertig. Ei. Ei. So, und das kann ich ganz normal als Draconium benutzen, ne? Ich kann es auch wieder zurück pulvern. Ich kann einen Mobgrinder bauen. Ich kann einen Energy Infuser bauen. All das, was ich bauen will, kann ich bauen. Ich muss es dann bloß verwerten. Und ich muss gleich niesen. Muss ich niesen? Ich weiß nicht, ob ich niesen muss. Ich kann Reaktor bauen, den ich noch nie gebaut habe. Kann also meine ganze Welt in die Luft sprengen. Aber das hier bauen wir auch alles noch irgendwann. Das gehört ja auch irgendwo in die Quests mit rein. Das Ding haben wir ja mittlerweile schon. Dementsprechend werden die ganzen anderen Sachen halt automatisch gemacht. So, schwarzer Quarz. Haben wir. Check. So, zweiter Versuch. Ich brauche ein bisschen Redster. Und ich mache mal zwei Block. Die wir sowieso brauchen. Und ich mache mal so... Ich weiß nicht. Ich muss mal gucken. Zwei. Sechs Stück muss ich jetzt umwandeln. So, ich muss mal gucken. Wo ist das Ding hier hinten? Ich habe hier so viel Scheiß hingebaut mittlerweile, dass ich nicht mehr durchsehe, wo hier was ist. Bziup. Yeah, läuft. Okay, dann habe ich also das. Dann kann ich jetzt... Das wird wahrscheinlich mega enttäuscht sein, weil das nicht funktioniert, was ich vorhabe. Bitte, hab alles. Ja, ich habe alles. Ja, geil. Jetzt muss ich bloß noch rausfinden, wo mein... Da ist mein... Da, ich habe es direkt gefunden. Laser-Range. Ich glaube, alle, die angeschlossen sind, müssten Strom weitergeben, ey. So, jetzt ist die Frage... Das Ding läuft jetzt, ne? Ich glaube ja, ist das die Frage. Erstmal Strom, wie sieht es damit aus? Läuft das jetzt noch? Also funktioniert das jetzt... Bäh, alles noch? Ich bin mir unschlüssig. Ich glaube, ich muss den Block auch noch einschalten, ne? Da war da irgendwas. Oh Gott. Diese Scheiß-Kabeleien. Ich muss auch noch dicke Kabel bauen. Auf noch alles, Mann. Gut ist, dass ich Volumen sonst bekomme. So, ähm... Wenn wir schon dabei sind, machen wir gleich das hier noch. So, weg damit. Ähm... Haben wir da mittlerweile Diamant-Essenz ein bisschen. So, ich muss kurz überlegen. Ich muss... Äh, Hebel. Hier. Das und, äh, Sticks sind ganz unten. Stick. So. Zack. Läuft. Also ich muss den da, glaube ich, einschalten. Ich glaube, da war irgendwas. Ich habe das schon lange nicht mehr benutzt, also... Daher ein bisschen sorry, wenn ich da jetzt ein bisschen rumwurschteln muss mit. State on. Ist das jetzt so richtig? Also, die sind dauerhaft fertig. Was ja schon mal geil ist. Ist ja schon mal relativ nice, ne? Ich muss hier mal gucken. Ich muss mal imaginärer Timeblock googeln und gucken, wie viel Range das Ding hat. Kleinen Augenblick. Imaginary Timeblock? Range. Ah, steht da schon ganz gut da. Geil. Quantum Flux. 2016. Zu alt, zu alt, zu alt. Ach komm, 2016 muss reichen. Äh, 7 mal 7. Das heißt, ich kann das Ding theoretisch irgendwo in die Mitte schmeißen. Zack. Guckt euch das an. Ich muss die nicht mal, äh, anpflanzen richtig, die Dinger. An für sich, ne? Das geht jetzt alles super, super schnell von selbst. Ups. So. Ich mach's natürlich, weil ich die halt auch anpflanzen möchte und die auf 10 bringen möchte. Da sind die halt immer instant fertig. Wobei die hier halt auch nicht... Die hier sind echt... Das Ding ist echt am strugglen hier, wa? Das Ding ist richtig hart am strugglen. Ich meine, das Ding ist nicht schlecht. Ich muss die Pipe mal austauschen. Die ist halt zu langsam mittlerweile für das, was wir hier tun. Cool. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich alles, was wir so haben, aufstellen. Und muss mir keine Gedanken mehr darum machen. So. Ne? Dann mach ich hier hinten das hier, äh, das hier so weg. Das Scheißzeug brauchen wir nicht. Weg damit. Jetzt muss ich bloß noch ein bisschen... Oh Mann, ich hab so viel Scheiße im Inventar. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So viel Scheiße im Inventar. Ehrlich, ehrlich jetzt mal. Und ich hab wieder den Stick hier nicht auf der Leiste. Ein bisschen schneller bewegen. So. Dann haben wir hier, glaub ich, dieses Saatgut drin. Das kann alles raus. Dann machen wir das. Ähm. Eieieiei. Ich brauch einen Drawer. Ich hab hier irgendwo noch die normalen Drawer gehabt, ne? Ich glaub, die hab ich schon wieder verwurstet, die Teile. Ja, hab ich, glaub ich, schon wieder verwurstet. So, jetzt, wo diese, wo diese ganzen Sachen so schnell ablaufen. Muss ich erst mal ein bisschen gucken. Hab ich schon ein Chest-Rezept? Hab ich noch nicht. Chest-Rezept. Ähm. Chest. Chest. Ähm. So, weg. Ah, Mann. Ich mach gerade nur Scheiße. Moment. So. Okay, weird. Richtig weird. So, Chest-Rezept. Das ist alles komisch. Mal kannst du das rechtsklicken, mal kannst du es nicht rechtsklicken. Das ist alles irgendwie komisch. So, Chest-Rezept. Und Drawer-Rezept. Drawer. Basic-Drawer. So. Rezeptieren. Dann hätte ich gern noch ein Interface. Firma dankt schon mal im Voraus. Und ich glaub, das andere Ding ist schon wieder voll. Interface. Wo ist Interface? Interface ist hier. So, du hast noch einen Platz. Und dann machen wir erst mal so. Dann ist der erste dicht. Zack. Drawer. Wir bauen jetzt einfach mal ein 100er-Stack-Drawer. Zack. So, dann müsste doch jetzt... Das hier ist ein bisschen hinterher irgendwie. Das updatet nicht so richtig, hab ich das Gefühl. Oder hat er zuerst die Kisten gebaut und dann, ne? Muss ja alles hochgecraftet werden, so ein Stück. Jetzt ist die Frage, hab ich überhaupt noch Platz? Doch, ich hab noch Platz. Ja, doch, ich hab Platz. Jetzt hab ich halt auch, äh... Demnächst unheimlich viel Redstone-Essenz und so. Äh... Baut er jetzt, oder baut er... Oh, Gott. Manchmal hasse ich das Ding, ne? Aber ich glaub schon. Gut, 100 Drawer, das heißt 100 Kisten. 100 mal das Holzhochkraften für die Kisten und für die Drawer... Okay, das macht natürlich Sinn, dass das dann so lange dauert. Und ich hab auch keine Speed-Module eingebaut, was auch noch dazukommen wird. Dann müssen wir jetzt halt kurz warten. Dann mach ich jetzt, ähm... Das Ding, aber... So. Das heißt, ich brauch Enriched Alloy, um die Basic-Teile hochzukraften zur schnelleren. Dafür muss ich erstmal Basic-Dinger bauen. So. Acht Stück. Ich müsste ein Enriched Alloy irgendwo liegen haben. Einen einzigen. Ich werd die natürlich auch dann in großen Massen mal herstellen und dann alles mal so in Kisten packen und so. Das ist ja ganz logisch, das macht man ja irgendwann einfach. Ne? Und jetzt hab ich die Scheiße dann da drin liegen lassen. Ahhhh... Ich bin so superintelligent manchmal. Die sind besser als die alten. Manchmal. Weil das Ding ist zu langsam zum Rauslutschen jetzt. Weil wenn die hier immer instant fertig sind... Ahhhh... Okay... Das ist alles ein bisschen komisch. So. Ähm... Nope. Nope. Ich stell das Ding jetzt nicht extra um. Machen wir das so. So. Und dann mach ich das. So. Das geht ein bisschen schneller. Ne? Dann... Kann das hier raus. Das brauchen wir nicht mehr. Das kann auch weggeschmissen werden eigentlich. Ach Scheiße. Lass liegen. Lass liegen. Das ist meine Devise. Lass einfach liegen. So. Ähm... Seid ihr jetzt fertig? Ja. Guck mal. Dann nehm ich mir hier so ein paar Stack. Nehm mir die gleich mit. Die steck ich mir jetzt sozusagen in die Tasche. Hab ja hier meinen Superblock dafür. So. Und lass dir jetzt mal so... Ich brauch ein bisschen einen Einen erstmal. Stopf dann dort das rein. Hol dir mal hier den Schlüssel. So. Erledigt. Damit haben wir auch Draconium. Erfolgreich angeschlossen. Ja. Jetzt müsste das hier halt laufen. Irgendwie ist bloß die Pipe... Ich weiß nicht, in welchem Intervall die arbeitet. Aber die macht halt jetzt nichts. Ja. Gut. Stand mal so ein paar Items raus. Das ist ein bisschen komisch. Weil jetzt wieder nichts tut. Das ist eigentlich so ein bisschen... Das ändert nichts daran, ne? Hm. Oder hab ich da Dreadstone nicht angebaut? Doch, hab ich. Das ist aber auch alles... Das hat auch die Upgrades drin. Das ist alles angeschlossen. Ist das weil das hier blockiert? Ne, das kann ich... Das Draconium läuft ja durch. Ich muss mal jetzt hier so ein bisschen Inventur machen, sag ich mal. Das ist ein bisschen komisch. Ja, meiner Meinung nach müsste das flutschen ohne Ende. Hm. Für den Fall, dass das mal voll läuft. Eigenartig. Advanced Logistic Transporter. Hm. Ich weiß nicht. Das ist alles ein bisschen... Ein bisschen... Sehr strange gerade. Ich weiß, ich labe ja... Nun labe ja vor mich hin, aber... Das ist eigenartig. So, jetzt müsste doch eintrittlich nicht das wegmachen. Das ist ja jetzt gewachsen. Komisch, warum zieht die Pipe das nicht raus? Hm. Der Controller ist kaputt. Habt einen kaputten Controller. 2, 1, 2... Die sind alle so, ne? Hier. Oh, Alter. Leckste mir am Arsch. Der geht mir so auf den Sack hier. Viel zu viele Tools im Inventar. Kann ich da jetzt wieder kaputt machen? Das sind alles die gleichen Seeds, Mann. Ähm. Hm, 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 hm. Nope. Wir machen das mal hier. Hier. Zack, zack, zack. So will ich das jetzt sehen. So soll das jetzt die ganze Zeit laufen. So kann man... So kann man geil züchten. Ich mach mal. Ich muss mal. Ich hab mal. Ich mach mal. Ich muss mal. Ich hab mal. Ich hab so viele Sachen gleichzeitig zu tun. Das ist echt übel. So, lass mir mal kurz gucken. Ich nehm jetzt hier mein... Ich nehm jetzt hier mein komisches Dingens mit. Hier mein Totem. Ich werd jetzt anfangen, Sachen rauszupacken. Das ist nicht das gleiche. Oh mein Gott. Ich werd jetzt hier mal anfangen, Sachen rauszupacken. Und, ähm... Ja, fliegen vor allem. Also... Oh, das läuft auch voll hier. Weg damit. Weg damit. Oh Gott, ist schon wieder voll oder so. Oder blockiert oder... Ach, Enderman-Köpfe. Enderman-Köpfe. Aber das ist nicht schlimm. Nicht so richtig. So, kurz duschen. Zu, das Ding. Komm, könnte das jetzt 83 Player Level nochmal aufdrehen. Hä, bin jetzt bescheuert? Ah, ich hab 1.975. Jetzt haben wir's. Bam, yeah, dude. Jetzt sind wir Creative-Flieger. Yippie, geil. Das kann ich nicht mehr runterfallen. Ich muss nicht mehr Angst haben davor. Jetzt muss ich auch nicht mehr überall hochspringen, was echt ungünstig war immer. Da kann ich nur die scheiß Botten ausziehen. Ich müsste jetzt automatisch auch Antifallschaden haben, ne? Ja, hat er. So, supergeil. Zap, zap. Halt, zap, hab ich gesagt. So, dann geht die Box jetzt den weg. Zack, anpflanzen. Alten wegschmeißen. Kreuzen. Hoffentlich. Du hast Saft, du hast Saft. Weft. Das, jetzt. Das lutscht wirklich nicht raus. Das ist echt einartig. So, scannen. So kann ich jetzt alle machen. 2, 2, 3, zack. Rechts wegboxen. Neu pflanzen. Zack. Wegwerfen. Und so kann ich jetzt einfach alle hochcraften. So wie ich es gern hätte. So, 3, 3, 3, 3. Links wegboxen. Pflanzen. Zack. Alten wegschmeißen. Kreuzen. Das ist so genial, Alter. Oh ja. 3, äh, 2, 3, 3. Rechts weg. Zack. Kreuzung. Ich muss mal eben aus irgendwas eine Treppe bauen oder sowas. Es geht mir leicht, auf die Nerven da hochlaufen zu müssen. Zip, zip, zip. Gib mir mal den Mist hier. Das kann wieder rein. Ich hab ja von allem jetzt davon unendlich irgendwie. So, dann kann ich jetzt hier mal so ein bisschen das anpassen. Das geht mir echt auf die Nerven. So. Dann kann ich hier mal ein bisschen was einsammeln, was hier so rumliegt. Scannen. Vor allen Dingen geben die dann auch mehr. Das ist das gleiche Ding. Ehrlich jetzt? Das ist halt ein sehr langer Prozess. Ein sehr, sehr langer Prozess. 2, 3, 3. Das ist mehrfach das gleiche hier. Immer her damit. Oh, das mit dem Stein geht mir aber auf den Sack. 3, 4, 3. Nice. Links wegboxen. Planten. Das geht mir richtig auf die Nerven. Ich muss das dann anders machen gleich. Es ist halt einfacher, wenn ich den Stein so, also das Ding so hinschmeißen kann instant. Ja, als ganzes Gerüst. 3, 4, 3. Weg. Klack, klack. Klack, klack. Na, siehst du? Das ist nämlich genau der Nachteil. Dann wächst das nämlich instant. Und das muss ja nicht sein. Dann ist das das Alte. Das kann weg. Also müssen wir dabei bleiben. So, was haben wir da? 4, 5, 4. Jetzt muss ich kurz überlegen. Äh, hier. Das, das. Weg. Weg. Planten. Alter. Alter, Stein, du gehst mir auf den Sack. Ganz ehrlich, rein da mit dir. Wenn ich jetzt Stein auf sammle, dann lädt er das ein. Auf jeden Fall. Alter, geht mir das auf den Sack, Junge. So. Eisenseeds. 3, 4, 4. Es ist eine Kombination aus beidem jetzt. So ein bisschen. Müsste ich nicht alten Mist aufgehoben haben? Hier hab ich. Zack. Klack. So, es ist der Stein immer weg. Der ist jetzt immer weg. Trotzdem, das wird nicht leer gelutscht. Ich versteh's nicht. Ich muss mir da was anderes überlegen. Vielleicht ist... Ich weiß nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. 3, 5, 5. Dann pack ich das hier. Und das ist besser als die anderen. So einfach kann's gehen. Wenn ich jetzt das in großen Massen machen würde... Ja, zack, 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 zack. Wär das natürlich schon geil, aber... Nee. 5, 6, 4. Das geht hier hin. Zack. Tja, so... Dann werden die Sticks richtig schnell alle. 4, 5, 5. Das ist eine Kopie von dem links, ne? Ich will eine Kreuzung aus beidem. Dann brauche ich ja im Grunde auch das da hinten nicht mehr so zwingt. Ich kann ja die dann... Den dann mal da hinten hinstellen. Oder einen zweiten bauen. Und das dann da halt ein bisschen kombinieren. Ich will eine Kombination aus beidem. Komm, schauen. Ich bin mal neugierig. Was haben wir denn hier? Eigenartig. So. Hops. Das wird richtig, richtig spannend. Gerade als YouTube-Video nachher. Wird das richtig spannend. Wow. Ja, das ist eine Kombination aus beidem. Dankeschön. Guck mal. Zip. Zip. Gut, ich mach das jetzt nicht dauerhaft, ne? Ich wollte jetzt bloß mal so ein bisschen rumspielen damit. Weil das halt einfach so super schnell geht. Ich mach das dann halt so im Offscreen später ein bisschen. Ähm, ja. Das muss ja nicht alles jetzt die ganze Zeit so laufen. So, dann kann ich das hier wegnehmen. Das sind beide gleich, glaub ich. Ich mach das erst mal so. Okay. Ich kann mir vorstellen, wenn ich den jetzt ausstelle. Arbeitet das Ding trotzdem nicht, ne? Warum machst du nix? Oder machst du, warte, ich merk das ja nicht. Komm mal hier, hier. Pass auf. Komm mal hier, hier. Ja, komm mal hier, hier. Ja, der. Ne. Das geht ja gar nicht. So, Advanced. Das ist doch, das ist doch das Item-Ding, oder nicht? Items und Blöcke. Ja. Items und Blöcke. So. Die sind aber alle da oben. Äh, ich glaub das Ding lässt sich nicht von Redstone steuern. Kann das sein? Kann das sein? Bitte nicht zerbrechen. Oh, mein Inventar ist so voll. Menno. So verdammt voll. Ich muss das Wort weglegen hier. Ich muss auch die Essenz rausnehmen, weil das muss hier nicht drin liegen. Also wir brauchen die Gießkanne nicht mehr so zwingend. Wir brauchen, äh, das hier nicht. Das kann weg. Ich kann eigentlich das ganze Tinker-Zeug wegschmeißen, wa? Eigentlich, ich brauch das hier nicht. Das hier nicht. Ich muss den ganzen Scheiß hier mal fressen. Das kann raus, das kann raus. Die Eimer brauchen wir jetzt nicht. Sortieren. Eine Menge Essenzen haben wir hier drin. Das kann alles raus, die ganze Scheiße. Hier, Essenzen weg. Ich müsste jetzt relativ viel haben. Ja, nee. Ja, jeden. Ähm. Ja, nee, jein. Das hier weg. Dann kann ich hier die ganzen... Das brauchen wir nicht. Das kann auch weg. Das ist veraltet. Das kann erst mal mit rein. So. Ich werde mir demnächst mal noch was bauen müssen. Aber als allererstes mache ich jetzt erst mal ein bisschen Redstone. Bamm, 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 bamm. So. Dann möchte ich aus dem Redstone... Jetzt muss ich kurz überlegen. Redstone... Ich nehme jetzt zwei Stack raus. Nehme ein Stack Gold. Und zwei Stack... Äh... Silikon. Habe ich noch Silikon? Haben wir noch Silikon? Es kann sein, dass das alles schon unten ist. Ich muss mal gucken. Ich habe doch hier meine supertolle Bastelmaschine. Die stellt mir die ganzen Sachen her. Neh? Ich muss jetzt nur mal kurz gucken, wo ich hier was hingebaut habe. Hier ist, äh, die Bufferkiste, ne? Genau. Da ist das. Das heißt, äh, ich... Ich kann ja... Ich glaube, ich habe das ja so gemacht... Das ist, wenn ich die Sachen hier oben reinschmeiße. Werden die halt dementsprechend einsortiert. Zack. So, dann läuft das da durch. Dann wird das... Das wird hier hinten importiert instant. Die laufen automatisch da durch. Und die goldenen werden ja automatisch darin verarbeitet. Verwurstet. Ich hoffe nur, dass das so funktioniert. Wie ich es mir vorstelle. Ansonsten muss ich die Sachen umgekehrt machen. Zuerst die Sachen einbauen. Oh man, jetzt muss ich das... Sollte ich, dass ich den Filter benutze? Hier nochmal farblich kennzeichnen, hä? Ah, man. Jetzt muss ich das auch noch machen. Ich mache das mal eben manuell. Ich habe da jetzt keinen Bock drauf. Äh, Silikon. Silikonpresse. Logic ist gold, ne? Ja. Muss ich dann halt erstmal nochmal machen. Das ist, äh, noch nicht so ganz fertig. Ich wollte das halt ohne Filter machen. Aber ohne Filter geht's halt auch nicht. Silikon muss ich noch herstellen. Das bedeutet, ich muss Sand... Ach nee, Quarzdust muss ich, äh... Brennen, ne? Verbrennen. Das ist trotzdem komisch. Das hat er nicht sortiert, wie ich das gerne hätte. So, ich fress jetzt mal den ganzen anderen Schrott hier auf. Langsam. Wie gesagt, ich finde komisch, dass er das jetzt hier nicht... nicht mehr rauszieht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Er nimmt hier immer noch Items auf, aber... Das ist nicht so das wahre. Kann ich das jetzt so alles reinstopfen? Jo. So, und wenn ich jetzt den Time-Block wieder hinstelle... Sind die ja immer auf Dauerschleife, die Dinger hier, ne? Das ist ja ganz klar. Jetzt lutscht er wieder. Vielleicht... Ich weiß auch nicht. Der ist aber auch super langsam hier, der Farmer, eigentlich. Na, jetzt sammeln sich die Items da wieder. Ich glaube, das ist... Das könnte zu schnell sein. Ich weiß nicht, was sein Problem ist. Ich mach's mal anders. Ich baue mir mal noch so ein Filterteil. Ist das hier irgendwo auf der Leiste? Nee. Ähm, die können wir runternehmen. Das haben wir auch als Dingens. Ähm, der Rest ist erstmal noch egal. Ähm, Logik. Aber wer ist das Ding? Logik. Logik. Logical... Logistical Sorter. Logistical Sorter. So rum. Alter, der Tank ist schon relativ voll hier, wa? Null Prozent, aber er ist relativ voll. So, Logical. Logistik. Mein Gott. So. Da müsste ich alles haben. Jawohl. Ich probier das mal mit dem Teil, ob der das besser hinbekommt, als ich... Als, äh, das... Als diese Röhre hier. Das ist ein bisschen doof eigentlich. Scheiße. Oh Gott, jetzt geht das los. Oh mein Gott, wie kriege ich das denn jetzt da drunter? Oh, ey. Achtung, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ich hab... Wo ist das Ding hin? Da. Pass auf. Ich müsste doch rein theoretisch... Das Ding irgendwie rotieren können, oder? Damit nicht. Warte, warte, warte. Wir haben doch hier irgendwo einen Rotation Mode, ne? Hier, Rotate. Oh Gott, echt jetzt? Ja, das ist doch schon... Ist das richtig rum? Ja, das funktioniert jetzt. Ne, jetzt muss ich bloß warten, dass dieses langsame Ding irgendwann mal was macht. Da mal farmen geht hier, so wie er es soll. Jetzt brauche ich einen besseren Farmer, weil der zu langsam ist. Oh, Mann. Der ist zu langsam, weil ich kann ja hier rein theoretisch die ganze Zeit rechtsklick spammen. Ne, das geht halt richtig fett ab, das Ding. Wenn ich jetzt Sachen, die ich wirklich dringend bräuchte, also ich weiß jetzt nicht welches, aber... Keine Ahnung, ich kann mich hinstellen und kann jetzt hier die ganze Zeit diesen machen. Das wäre eine Möglichkeit. Naja, ich lasse das Ding mal machen. Wenigstens funktioniert es jetzt irgendwie. Halbwegs. So, dann gehen wir mal back to Bases, sag ich mal. Ich kann ja jetzt Diamanten machen. Relativ viel sogar. Ich fange jetzt mal an. Ich mache jetzt mal ein Grundcrafting-Prinzip. Und zwar, ich möchte jetzt die Essenzen alle zu irgendwelchen Dingern machen. Das bedeutet, ich fange mit den Diamanten an. Ich hätte gern Diamanten gecraftet. Ich hätte gern Glowstone gecraftet. Das muss ja auch so sein, ne? So, Glowstone, dann hätte ich gern... Ähm... Eisen erstmal noch nicht. Lass mich kurz gucken. Redstone ist ganz wichtig. Ey! So. Das sind drei wichtige Dinge. Voll, voll am vollsten. So, das heißt, das kann ich jetzt in ganz in Ruhe machen. Ich hätte jetzt gern... Mal kurz überlegen. Halt. Doch, war richtig. Hier war schon okay. Ich brauche jetzt... Das ist ein Tier-4-Crafting-Seed, ne? Ich brauche jetzt... Den höheren Kristall davon. Von denen. Das ist jetzt hier der Höchste. Der Rote ist der Höchste, ne? Der Rote ist der Höchste. Ich muss den, glaube ich, mit... Ähm... War das mit dem? Umrunden? Ja, ich muss vier davon umrunden. Das heißt, ich... Inzenium. Und sobald ich Inzenium habe, habe ich den letzten Kristall. Habe ich nicht. Mal kurz gucken. Ich labere gerade Scheiße, glaube ich. Master Infusion, doch. Das ist die letzte Stufe. Ich muss den hier erst noch bauen. Rote mit Inzenium, um den Infusion-Crystal zu bauen. Rote mit Inzenium. Ich muss erst mal vier von diesen Inzenium-Dingern machen. Das heißt, ich muss Rot mit Rot verbinden. So, dann sag mir mal, was willst du dafür bauen? Du brauchst tausend von denen. Haben wir auch vier von denen. Das ist kein Thema. Start. Das müsste jetzt immer schneller gehen, eigentlich. Mit jeder Runde, die ich da irgendwas baue, müsste es ja immer besser werden. Ich mache immer mehr Assembler ran und ich werde mal noch ein paar Speed-Upgrades bauen jetzt. Ich müsste noch diese Karten machen, während das jetzt craftet. Gebt mir mal den hier. Ich glaube, das mache ich nur noch gleich hier rein. So. So, und wenn das Inzenium fertig ist, äh, das Inzenium, das, äh, so Premium, ne, dann mache ich damit weiter. Aber jetzt muss ich kurz überlegen. Ich muss... Ich muss folgende Dinge tun. Ich muss mich kurz nachdenken. Scheiße, ich bin nicht komplett raus. Das liegt vielleicht daran, dass ich Hunger habe, hä? Ich habe aber bald mal Zeit, was zu essen. Ah, hier, das muss ich auch noch machen. Fällt mir gerade auf. Das hier. Quarz. Das eine Quarz und das andere Quarz. Wo ist es denn? Da sind sie. Na, gib mir das. Gib mir das. Ach, lang schmieren kannst du mit Rechtsklick, aber liegen kannst du mit Rechtsklick nicht. Ähm, da war der Kristall weg. Gut. Kein Problem. Shit, ich wollte irgendwas machen. Ich habe es völlig vergessen. Keine Ahnung. Gucken, ob da Zeug fertig ist. Draconium ist, glaube ich, auch einmal riesengroß rumschmieren hier, ne? Ah, guck mal. So. So. Ähm. So, und haben wir auch Draconium fertig, falls ich das mal brauchen sollte. Wie sieht's aus? Die vier sind fertig. Und zwar gibt's jetzt noch die Möglichkeit. Dab, 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 dab. Weg. Dab. Ich brauche erst mal neue Pattern. Wie sieht's denn aus? Kann ich 100 Stück bauen? Haben wir so viel Material? Da fehlt mir Glas. Da fehlt mir ein bisschen viel Glas. Das ist aber auch kein Problem. Ich habe hier hinten eine Glasschmiede. die aktuell auf Glasschmiede gestellt ist, tatsächlich. Dann kann ich das hier so ein bisschen... Das werde ich auch noch, ähm, mit Drawern machen. Und das dann hier oben mit anschließen. An dieses System. Ich werde das hier irgendwie behalten. Oder woanders hinstellen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mache, aber... Wir gucken mal. So, dann mache ich jetzt hier erst mal 50 von denen. So, das sollte relativ easy gehen. Weil Quarz haben wir mittlerweile mehr als genug. So, dann haben wir auch schon das. Mehr brauche ich auch gar nicht erst mal. So, das... Nochmal eine Stufe höher. Weil das willst du alles nicht von Handcraften. Das dauert viel zu lange. Richtig. Richtig. So, dann möchte ich... Von denen vier Stück bauen. Uh, da brauchen wir drei von denen, die werden gecraftet. Ich brauche 3000 von denen. Ja, da geht einiges ab. Da geht einiges ab. Ich glaube, der Computer ist da viel zu schwach. Ich glaube, das Crafting-Ding ist zu hoch. Das heißt, abgesehen davon, dass das Lager voll ist, muss ich jetzt auch noch Festplatten bauen, um das System auszubauen. Ich brauche also zwei von denen. Wie viel brauche ich von den Materialien? Ich brauche mehr Pure Quarz-Crystals. Das ist kein Thema. Da brauche ich ein bisschen... Hupsi, ein bisschen Dust. Machen wir mal zwei Stacks Dust. Und zwei Stacks Sand. Die nicht fertig sind. Das ist aber kein Problem. Ich muss ja nicht alles auf einmal machen. So. Naja. Dann werde ich mal ein paar Drawer machen, die dann auch sinnvoll funktionieren. Das hier ist übrigens die Markierung für das Gerüst nachher, was ich bauen will. Das ist die Range dieser ganzen Blöcke. Das sollte eigentlich ganz gut funktionieren, dann, wenn ich das so mache. So, da haben wir hier ein bisschen was. Dann kann ich hier, zack, die Dinger herstellen. Dann können wir die mal wegpacken. Na, das ist sowieso drin. Die Kristalle müssen wir machen. Ja, das dauert jetzt richtig lange. So, noch so ein Stack. Geht ab, der Dreck. So, fertig, fertig, fertig. Dann kann ich jetzt einen Drawer oben draufstellen. Und zwar so einen. Da möchte ich alle Quarz-Varianten reinpacken, die ich halt habe. Ja. Das macht sich richtig gut. Da werde ich jetzt, ähm, meinen lustigen Block hier, äh, dieser Drawer hier. So, und solange ich in dem System nichts rein und rauslege, müsste das funktionieren, wie ich es mir vorstelle. Dann nehme ich jetzt hier die ganzen Quarz raus. Das hier nehme ich raus. Das soll da rein, auf jeden Fall. Ähm, dann soll rein... Wo haben wir sie denn, unsere Jungs? Sind hier überhaupt noch welche drin? Die hier sollen da noch rein. Das passt... Upsi, das war... Was war das denn? Das passt gerade noch so, ne? Ja. So, dann möchte ich... Das jetzt alles ein bisschen durchsortieren hier. Dann machen wir mal ein bisschen, äh, das. Dann soll... Das gleich reinsortiert werden. Das sind eins, zwei, drei Items und der Schlüssel. Bup. 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 Abschließen. Huh. Alle drei, was wir haben. Damit haben wir wieder ein Item weniger. Drei Items weniger, die in dem System liegen. Ja. Weil, das macht ja keinen Sinn sonst. So, jetzt sind die hier wieder drin. Aber es ist nicht drin. Ihr versteht, was ich meine. Dann könnte ich zum Beispiel, ähm... Diese hier auch noch damit reinpacken. Aufschließen, reinpacken, zuschließen. Zack. Und schon haben wir das auch gesichert. Die könnte ich zum Beispiel auch mal zusammenstecken. Wenn das Holz mal runter, runter, runter bearbeitet wird. Wurde. Tut. Was ist hier noch viel drin? Das ist alles reinsortiert. Das sind alles bloß diese Drawer-Dinger. Drawer. Drawer, Drawer. Ähm. Sonsten gibt's gar nicht so viel. Jetzt liegt hier auch eine Menge Kleinkram drin. So ein bisschen Scheiß irgendwie von allem. Das hier braucht ja eigentlich gar nicht drin sein. Das technisch ist ja bloß irgendwie Müll. Das hier kann raus. Ja. So weit, so gut. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Scheiß drauf. So. Jetzt muss ich... Ich muss die Maschinen umstellen. Ich werde jetzt mal hier ein bisschen was wegnehmen, was wir nicht mehr benötigen aktuell. Lass mal ein bisschen aufräumen, sag ich mal. Aber gut reagiert auf jeden Fall. Huhu. So, dann mache ich... Ähm... Das weg. Was war das? Also... Ich mache das weg. Was war das? Und... Ich möchte noch... Lass mich kurz gucken. Das ist ja ein Riesensystem. Ich kann das ja riesengroß ausbauen. Ne? Ich kann da ja draufstellen, was ich will. Das ist ja das Perverse an diesem ganzen System hier. Auch das hier kann ich dann dementsprechend machen halt. Ich will dann halt, dass die Maschinen, wenn ich sie benutze, alles hier reinladen immer. Immer, wenn ich mir was herstelle. Das soll automatisch in diesem ganzen System landen. Aber erst mal gucken wir mal nach diesen Dingern hier. Ich brauche zwei Stück von denen. Bau mal. Das dauert jetzt ein ganzes Weilchen. Dann brauche ich einen Koprozessor, glaube ich. Ich glaube, wir brauchen immer zwei, zwei, ne? Ich habe zwei von denen. Naja, ich gucke mal. Ich gucke mal. Ach, Mist. Mist, das hätte ich jetzt gerne von Hand gebaut, aber... Sag mal, wie kann ich das... Wenn ich das so mache und jetzt so mache, dann kann ich das auch so machen, ne? Ja. Zack. Dann brauche ich bloß noch die... Ja, ist fertig. Nice. Das Ding hier kombinieren. Zack. So, jetzt müsste er genug Processing-Processing-Power haben, um das herzustellen, was ich will. Nächste, dass die Bauwarteschlange zu groß ist. Er müsste das auch schneller ausrechnen jetzt, ne? Oder ist das nicht der Fall? Jawohl, der kann. Bau mal. Das dauert jetzt richtig lange. Ja, aber ich werde endlich mal ein bisschen Zeug los, was ich diese brauche, teilweise. Ich muss mal kurz gucken. Das Ding ist doch hier auch drin, ne? Ja, ne, das steht nicht mal hier. Doch, hier, da. Naja, ich lasse das mal in Ruhe. Das wird sich jetzt da vor sich hin eiern da so ein bisschen. Ich überlege, ob ich noch einen Prozessor baue. Also einen Crafting-Storage. Oder ob ich das lasse. Ich weiß noch nicht so genau. Einen haben wir davon schon. Genau, ich wollte Upgrade-Karten eigentlich bauen. Ähm, Speed. Nein, Acceleration. Nicht Sack, sondern... Scheiße. Achsel. Acceleration-Karten. Die hier. Das hier. Machen. So, da sind die Prozessoren alle. Das ist kein Thema. Den lade ich gleich nach. So, dann mache ich jetzt hier genug Achsel-Karten. Ähm, das Teil... Guck mal, wie schnell er craften kann plötzlich. Äh. Die wird gar nicht erst benutzt. An den komme ich nicht mehr ran. Wie mache ich das denn jetzt? Wie komme ich jetzt an die Molekular-Assembler? Boah, ist fertig, ne? Wie komme ich jetzt an die Molekular-Assembler dahinter? Na, ich warte mal, bis das fertig gebaut ist. Ich muss das dann auch besser aufbauen, alles. Ich brauche da bald einen Platz für. So, dann haben wir... Das Ding ist mittlerweile fertig, ey. Jo. So, dann kann ich... Hier die Kabel wegnehmen. Schon wieder runterfallen. Die Maschine einsammeln. Dann würde ich sagen, ich mache erst mal irgendwie... Oh, ich weiß auch nicht. Irgendwo die Maschine wieder hin. Weil wenn ich dann was herstelle, dann kann das da gleich reingeladen werden, immer. Oder ich packe die erst mal weg, das geht auch. So kommen sie nicht weg, die Dinger. So. Erledigt. Dann haben wir das weggepackt. Dann hätte ich jetzt gerne einen Drawer für Glas. So. Glas kannst du nämlich immer brauchen. Gerade wenn ich jetzt hier mit dem ME-System rumwuschel. Brauche ich ja richtig viel Material immer. Abschließen. Jetzt muss ich bloß gucken, wie mache ich das mit dem Glas. Ich müsste die Maschine hinten wegnehmen. Ich glaube, die bricht ja nicht, wenn ich das jetzt so mache, ne? Die bleibt ja so, wie sie ist. Nein, fuck, ich wusste es nicht. Ach, shit. Okay, kein Problem. Ich mache das mal eben so. Dammit. Dammit. Ähm. Ja, das wird jetzt ein bisschen interessant. Das muss ich mal kurz überlegen. Ähm. Ich müsste das zum Beispiel hier hinstellen. Das Ding. Dann müsste ich das Ding... Jetzt müssen wir sowieso erst mal auf Pause. Grindmode. 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 Also zu Kies, zu Sand, zu Glas. Richtig. Ich glaube schon, dass das so funktioniert. Eins. Zwei. Drei. Ich muss das jetzt da nochmal verbinden. Ich habe, glaube ich, das hier reingeworfen irgendwo. Ja, da sind sie. Hard and Flux duckt. So. Ich kann das ja nicht wieder reinlegen. Das ist ja scheiße. Ne, das ist einer zu viel. Wait. Wait. Das ist ein Grind zu viel. Furnace. Abbrechen. Silikon. Lol. Ich kann damit Silikon machen. Haha. Das ist ja nice. Aber ich kann mit dem Silikon... nicht dasselbe anfangen, ne? Oder? Electrical Steel. Doch, das ist dafür gut. Doch, ich kann das dafür benutzen. Geil. Das ist ja richtig nice. Was richtig scheiße ist, kann ich jetzt hier mal rauswerfen langsam hier. Ein Stack hier. Weg, 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 weg den Stack. Das kriegen wir gleich alles nochmal kostenlos zugeliefert. Ähm. Dann muss ich das Ding einstellen, das er nach oben abgeben kann. Ich blockiere alle Richtungen, nur das. Na, 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 na. Ich blockiere alle Dinger hier. So. Das Ding kann auch abgeben. Das ist in Ordnung. So, dann muss ich jetzt das Silikon hier rausnehmen. Ich kann die Dinger damit drehen. Oh mein Gott. Ey. So. Und dann muss ich nur eine Pipe anbauen. Advanced Logistical Pipe. Die ich jetzt sonst wo hingeschmissen hab. Ja, damit. So, dann mach ich auch den hier. Das weg. Nein, 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 nein. Ich kann das Ding cyclen lassen. So. 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 Das Ding weg. Und dann kann ich das so machen. Dann lädt er mir automatisch Glas ins Lager. Glas und Silikon, wenn ich's möchte. Das ist ja nice. So. Dann hab ich jetzt auch unendlich viel Glas gefühlt. Jetzt gucken wir mal kurz. Ähm. Das Rezept haben wir. Was kann ich jetzt damit machen? Ich muss doch hier irgendwie... ...den nächsten Stein machen können. Den hier will ich machen. Warte mal. Das mach ich mal manuell. Ähm. So. Wofür ist der da? Der ist nur gut, um jetzt noch ein... Ach, damit kann ich schon... Ah, das ist schon so ein Allrounder. Mana-Infused Chart. Ah, das ist wieder irgendeine Kacke, die ich nicht kriege. Boah, ey. Weil ich diese Scheißdinger wieder nicht bekomme. Ähm. Oh. Simple Crystal. Das ist doch alles Kacke. Da mach ich mir jetzt ein Rezept, um diesen Infused Stone zu machen. Infusion Crystal. Ähm... Oder? Oder? Ich weiß es nicht. Es ist alles ein bisschen... ...unschön gerade. So, ein paar Rack abholen. Rack abholen. Ich muss mir einmal das hier bauen, damit ich das mal in der Hand hatte. Das hab ich vergessen. Mir fehlt der rote Stein. Der ist hier drin. Nochmal das Ganze. Ich hab den roten Stein noch nicht als Rezept gesetzt, ne? So, das dauert jetzt. Dann schmeiß ich den mit rein. Das fährt zurück. Oh, Stromausfall. Das ist jetzt nicht so schön, wenn der Strom ausfällt. In meinem Verbrauch ist es zu hoch, ne? Jo, das ist ja... Ich muss mal den Time-Blocketen wegnehmen. So. Das muss jetzt nicht dauerhaft laufen aktuell. Solange wir den Strom nicht haben, ist das sowieso scheiße eigentlich. So, das müsste eigentlich ausreichen. Oder braucht unser Crafting-System schon so viel Energie, dass das ganze Ding ausgelutscht ist die ganze Zeit. Das ist möglich. Das Problem ist, wenn das ausfällt, weiß ich nicht, ob er weiter baut. Ich könnte ja Solarzellen bauen. Oder ein Reaktor. Ein Reaktor wäre mal geil eigentlich. Hyalurium. Sie mir hier Hyalurium herstellen. So, gucken wir das. Und weiter an der Wasser. Niedlich, das Ding. So, dann gucke ich jetzt hinten nochmal schnell was. Und dann, glaube ich, reicht's für heute. Ja, das läuft. Tank hat mittlerweile auch wieder richtig viel Erfahrungspunkte, Alter. Der ist richtig hart voll, der Bucket. Und das hier geht so. Ja, Enderman-Köpfe haben wir auch schon so ein paar. Also, wir haben genug Material, was hier rauskommt, auf jeden Fall. Tja, gut. Dann würde ich sagen, wir haben ein bisschen was gemacht. Es ist nicht so ganz das Ziel gewesen, was ich hatte. Was ich vorher hatte, alles. Aber es geht schon. In die richtige Richtung. Ich muss mal gucken, wofür Insendium-Crafting-Seats gut sind. Ganz kurz. Huf hier. Wir machen das mal so. Wir machen das. Hä? Moment. Tier 6 Crafting. Tier 6 Crafting-Seat. Wofür ist der gut? Ach ja, für Nether-Stars, für Dragon-X-Seats, Awakened-Drakonium, Neutronium-Seats. Was auch eine coole Sache ist. Damit können wir auch bald mal anfangen. Und der Bio-Dingsbund macht das, was keinen Sinn da gibt. Genau, so sehen die Pflänzchen dann aus. Ah, gut. Gut, dann würde ich sagen, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, Leute.